Ich bin Waiana von Mut... Nicht so ein Jungs-Mädels-Ding, eher so Maui ist der Held von allen. Das machst du klasse. Was? Nein, ich bin hierbei! Oh, natürlich, natürlich! Ja, 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 ja! Maui hat immer Zeit für seine Fans. Wenn man ein Vögelchen zum Schreiben benutzt, heißt das twittern. Ich weiß, man hat nicht jeden Tag das Glück, seinem Helden zu begegnen. Du bist nicht mein Held! Und ich bin nicht hier, damit du meinen Ruder voll kritzelst. Viel Spaß auf der Insel! So, ich bin aber weg. Nein, bleib hier! Hey! Du bist so! Bring das Herz zurück! Äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich bin Waiana von Mut... Das ist mein Boot! Und du segelst mich jetzt nach Tiffel! Schon gut, krieg dich wieder ein. Wir müssen weiter. Und da ist sie wieder. Ich bin Waiana von Motonua! Wie war das, Waiana? Richtig? Ja, und du wirst das Herz zurückbringen! Okay, ich bin raus. Ach komm schon! Die Legenden erzählen von einem Helden, der sich aufmachen wird, um den Halbgott Maui zu finden. Und gemeinsam werden sie uns alle retten. Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres. Ich bin Waiana von... Held der Menschheit. Was? Es heißt korrekt Maui, Formwandler, Halbgott des Windes und des Meeres. Held der Menschheit. Nochmal von vorn. Jetzt du. Ich bin Waiana von Mutinui. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Äh, ich bin raus. Äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Ozean ist ein Freund von mir. Wir gehen ins Reich der Monster? Keine Angst. Es geht viel tiefer runter, als es aussieht. Juhu! Ich falle immer los! Away, away! Wenn du nach Tefiti willst, dann liegt ein ganzer Ozean voller Gefahren vor dir. Koko Mora. Koko, was? Die sind irgendwie süß. Bayana, das Paradies hat einen Haken.